Was passiert heute genau? Heute passiert der Tod, Freunde. Wir versuchen das unglaublich hier glaubhaft zu machen. Der Chef am checken, was man noch checken muss. Ich mach mir jetzt mal ein Test. Doch, das kann man ziemlich gut leben. Was? Es gibt free Burger bei Food Brothers? Ja, so sieht's aus. Das ist aber lieb, das ist aber lieb. Ein Präsent. Boah, ist das denn, Alter? Geil. Geil, danke. Guck mal, Sonny hat. Was für ein geiles Bild. Ja, Baby. Bist du auch schon so aufgeregt? Deine Nerven sind auch stark, ich bin immer so aufgeregt. Fiji, ich bin vorbereitet. Yeah, Mako war nachts wach. Show me the deck. Fiji ist nachts wach. Hier wird das musikalische Konzept gesprochen. Max, auch hier am Start? Ja, man muss auch. Ich bin gespannt. Was geht ab? Ja, Baby. Alles klar? Vorbesuch aus Essen. Hier ist noch die Kampe vor dem Stimpf, oder? Ja. Volleyball ist auf dem Start. Wie geht es aus Westens? Film das nicht. Kickflip. So gut war ich auch mal. Wanna fly? Da ist ja die Skaterlohn. Da, das ist klar. Malgum einen Soundcheck. Überleben. Special Guest. R.B. & Hal. Hä? Dang. Dang. Wo sind wir denn in die E... Ich weiß gar nicht, wer das ist. Was ist denn das? Ist das Cap Coco? Ich glaube, Cap Coco. Nein. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, klar. Ja, ja, klar. Die Team mit dem Futuradeck. Mal gucken, ob ihr jetzt bestes geht. Wow. Eine Stunde bevor wir auch machen. Und... Es sind schon ein paar Leute da. Wir haben noch eine halbe Stunde. Mal gucken, ich glaube, kommen wir jetzt. 20. Wuuu. Es klappt. Waaaah. Die Vienna auch am Start. Yeah. Wow. Das hat es doch nicht gegessen, oder? Geil. Kommt gut. Kommt gut. Let's try. Komm mal dein Pfeilchen. Das habe ich gerade eben von Fiji bekommen. Die Mucke läuft. Wir haben es geschafft. Yeah. Oh, ja. Kommt gut. Alla anders, gauw. Was das? Okay, jetzt machen wir die Bordslide. Ja, jetzt machen wir die Bordslide. Und? Slide da. Slide da. Yeah. 30.19. 19.19. Rüber von Polen, Polen. Statement time. He's full. Let's go! Melody! Hey, Dr. Smith Blit Okay, okay. Kommt. Okay, ich will, dass ihr jetzt alle einmal Lärm für Mixer und McCloud macht, so laut ihr könnt. Und zwar haben wir nämlich einen neuen Trick gemacht. Der kommt, komm mal her, komm mal her. Mach mal Lärm! Und zwar haben wir einen neuen Trick gemacht. Der ist nachts wach, der kommt diesen Freitag raus. Ja, und ich hoffe, dass ihr euch gefällt. Wir spielen jetzt mal. Gucken, was passiert auf der Burg. Okay, let's go. Hau rein. Das ist so... Danke, Cash for Tricks. Cash for Tricks, Taui. Shit! Shit! Cash for Tricks, Taui. Hatsache nach Taui. Shit! Shit! Oh shit! Oh shit! Oh my God! Oh shit! Oh shit! Wie lief ist es, du kennst doch nicht so krass, du kennst doch nicht so viel zu gehen. Kranke Leute hierbei. Alles schockiert. So, wir sind immer noch bei unserer Listening Session mit Marco und abonniert unseren Kanal übrigens bei YouTube. Genau, hier oben, unten, irgendwo, let's go.